Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19. Ja wieder her, ja für unsere Map in der Provence, unserem, äh, ja, idyllischen Landhof. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. In der letzten Folge habe ich euch ja hier die Karte, ähm, sorry, äh, die Karte hier so ein bisschen vorgestellt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, ähm, gesagt hatte, welche Felder wir uns noch gegönnt hatten. Auf jeden Fall hier der Hof mit der Wiese, ähm, Feld 2 mit Gerste, Weizen und Sojabohnen. Ähm, ist noch ein kleines Fauxpas, ähm, passiert beim Einkaufen und zwar hatte ich nämlich den falschen, äh, das falsche Schneidewerk gekauft. Ich habe jetzt den Draper Stream dementsprechend, äh, mir jetzt hier gegönnt, ne, der ist auch schon direkt befahrbar. Kann man dann einklappen und den nutzen für den Rotswilmash hier. Und damit werden wir jetzt gleich anfangen und unsere ersten Felder dementsprechend, ähm, ernten und dann ein paar Tiere gönnen. Das machen wir nicht mehr in der Folge. Ähm, bezüglich des Big M, ähm, hattet ihr gesagt, ja gut, okay, stört euch nicht, soll ich entscheiden. Deswegen behalten wir den Riesenrasenmäher. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los hier, fahren gleich zu Feld 1, äh, zu Feld 1. Ähm, hab die letzten Tage mal ein bisschen mit Lenkrad gespielt. Ähm, es ist schon cooler, mit Lenkrad zu spielen, aber irgendwie komme ich daran nicht, komme ich mit nicht klar. Ähm, beziehungsweise muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich werde das ausgiebig testen und dann nochmal nach und nach versuchen, mit dem Lenkrad dann auch zu zocken. Ihr seht schon oben links haben wir eine Anzeige. Das heißt einmal in dem Fahrzeug, was unterwegs ist, ähm, die habe ich mit eingebaut. Ähm, unten rechts haben wir auch diverse Anzeigen jetzt mit dabei, Literverbrauch und so weiter. Und auch viele, viele andere tolle, ähm, Sachen haben auch eine, äh, ja, Differenzialsperre, die wir einrichten können. Ähm, und können verschiedene Dinge hier einstellen. Ne? Die ganzen Mods packe ich euch alle in eine Liste. Die kommt in den nächsten Tagen dann, ähm, online. Und ich mache mal hier Rundumleuchten an und fahre jetzt hier zu Feld 1 und da werden wir das erstmal abernten und werden dann hier, ähm, was dementsprechend einstellen. Und werde ich euch dann natürlich hoch schieben, beziehungsweise in die Videobeschreibung packen. So. Jetzt fahren wir mal zu Feld 1. Das ist echt eng hier, da muss man echt aufpassen. Wir können dann mal hier so ein bisschen reingehen und mal gucken hier. Müssen wir ordentlich ausholen. Oha. Das passt hier auf jeden Fall so gerade eben. Ich würde sagen, oha. Fahrerskills wieder am Start hier. Ähm, wir werden erstmal Feld 1, äh, fertig machen. Oha. Ha. Die Leute laufen hier einfach durch. Das ist auch toll. Bitte warten Sie. So. Das heißt, das befahrbare Schneidwerk können wir auf jeden Fall zusammenklappen. Das heißt, wir werden jetzt hier das Feld abernten. So. Ich weiß nicht, sollen wir dann direkt einen CP-Kurs einfahren? Ach, für das kleine Feld. Ach, das mache ich eben selber. Ähm. Das würde ich jetzt einmal selber machen hier. Macht nämlich, glaube ich, keinen Sinn. Ähm, werde ich dann, äh, dementsprechend nach und nach mal einfahren. Und dann hier auch mal einstellen. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir das Teil hier soweit fertig. Ich muss mal kurz die Tasten gucken. Äh, Schneidwerk aufklappen war X. So, jetzt fährt der dementsprechend auf. Stroh. Wollen wir Stroh produzieren? Ähm. Könnten wir machen. Brauchen wir sowieso. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall eranissen. So. Schneidwerk senken. Zuklappen. Drescher anschalten und so weiter. So. Wir werden mal kurz gucken. Das sind das und das haben wir. Drescher aufklappen müssen wir natürlich auch. Und dann ernten wir jetzt gleich erstmal hier. So. Jetzt werden wir das Ganze runterfahren hier. Werden es anschalten. Und werden mal eine Runde ernten. Äh. So. Und Weizen ernten. Das werden wir dann auf jeden Fall erstmal einlagern. Und werden dann dementsprechend, äh, erstmal ein bisschen was für unsere Hühner haben. Denen holen wir uns auch wieder. Wir hatten zwar 133 Hühner. Es passen aber nur noch 100 in unseren Hühnerstall rein. Oben links seht ihr einmal jetzt die Anzeige, mit welchem, äh, ja, Gefährt ich unterwegs bin. Wie viele Liter da getankt werden. Seht ihr dementsprechend unten auch nochmal. Da ist nochmal die Bezeichnung Weizen mit dabei. 10.500 Liter passen hier rein. Und, ähm, ja, das machen wir jetzt erstmal hier soweit fertig. So, die Strohablage. Das heißt, die kleinen Felder, die können wir hier echt, äh, getrost selber machen. Na, ich bin froh wieder, dass das losgeht hier wieder. Äh, mit dem, äh, ja, mit dem Ernten auf den Feldern, äh, und auch wieder MLS. Hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber ich hab mal so ein bisschen abgewartet, welche Karten kommen. Ob da noch, ähm, andere kommen. Wie gesagt, ich hatte noch eine andere Karte im Blick. Ich hab mich nicht gegen diese Karte entschieden. Sondern eher für die Provence hier. Auf unserem idyllischen Landhof. Und, äh, ja. Ne, das freut mich auf jeden Fall, dass wir uns jetzt wieder hier einem LS-Projekt widmen können. Und, ja, Wirtschaftszweige. Wie gesagt, es wird noch dauern. Ich hab auch einige Fahrzeuge hier schon als Mod eingebaut. Ähm. Die werde ich dann nach und nach nochmal, ähm, euch vorstellen. Und euch auch, hoffe ich mal, genug Abwechslung bieten hier auf dem Projekt. Denn wir haben ja nur aus den, aus den dementsprechenden Projekten, also aus zwei, einmal den oberen Lahn-Tal in der Südpfalz. Und auf der NF Marsch haben wir jetzt hier ein Projekt gemacht. Ich denke, das reicht. Und, ähm, ja, heute gibt's eine Folge. Dann am, ähm, dann am, ähm, morgigen Donnerstag. Und am Samstag gibt's dann, glaub ich, schon wieder die nächste Folge. Also, das geht hier echt Schlag auf Schlag. Und, äh, da wird's auf jeden Fall noch viele, viele weitere Folgen geben. Wir werden verschiedene Sachen machen. Wir werden uns um Kühe kümmern, um Schafe kümmern. Und auch um Hühner. Ähm, wir werden dann auch mal ein bisschen was mit Silage machen. Beziehungsweise mit der BGA. Denn die Felder, die es hier gibt, die sind sehr, sehr günstig. Und, ähm, ja, passt auf jeden Fall. Und schmeckt natürlich auch auf jeden Fall diese Karte hier. Die ist echt toll gemacht. Und, ähm, ja, ich feiere die so ein bisschen. Ne, hat viele kleine, große Felder. Ne, also auch so ein bunter Mix aus den ganzen Feldern. Und es macht echt Spaß hier, ähm, sagen wir mal, auch die Landschaften zu erkunden. Und, äh, ich bin mir sicher, dass wir hier sehr viel Spaß mit drauf haben werden. Ähm, und, ähm, ja, die erste Folge kam auf jeden Fall sehr gut an. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Daumen. Und auch für die, ähm, ja, ein bisschen weniger Kommentare. Aber nichtdestotrotz freue ich mich über jeden Kommentar. Ähm, ja, und die Karte scheint euch zu gefallen, ne? Finde ich gut. Auch der ein oder andere spielt die halt schon, ne? Aber, ja, warum sollte ich die auch nicht spielen, ne? Hm. Fand ich einfach schön. Und deswegen farm wir die Karte halt auch. Ähm, wir werden so einen bunten Mix machen. Ein bisschen aus CP. Und, äh, dementsprechend dann auch verschiedene andere Sachen. So, wir können jetzt einfach mal hier kurz einen Helfer einsetzen. Damit ich schon mal, äh, einen Abfahrwagen quasi hole. So. Jetzt seht ihr hier oben die Anzeige, ne? H plus, ne? Das heißt, äh, da ist jetzt ein Helfer aktiv. So, jetzt springen wir mal in einer unserer Fans. Äh, wen nehmen wir denn hier? Ich glaube, ich nehme den 939, genau. Naja, auch ein schickes Teil. Jetzt seht ihr zum Beispiel einmal, dass ein Helfer unterwegs ist. Oben links mit 10 kmh. Und einmal ich, ne? Das heißt, äh, da können wir auch sehen, haben wir ein bisschen Fahrmanagement. Ähm, und können dann sehen, welche Fahrzeuge hier alle im Einsatz sind. Und, ansonsten würde ich sagen, fahren wir mal hier vorne raus. Ich hole noch mal so ein kleines Gewicht. Wobei, Gewicht, ja, komm. Nehmen wir einfach mal eins mit. Was wir haben, das haben wir. Oder? Ja, komm. Ähm, mal umschalten. So. Ich habe ja alles hier schön fein säuberlich geparkt. Upsa. Noch nur mal so ein kleines Gewicht dran, dafür ist es ja da. Zack. So. Und dann werden wir hier unseren Joskin-Anhänger dran packen. Auch hier natürlich rundum leuchten an. Und dann geht's los zum Feld, wo wir dann gleich abfahren können. Und, äh, werden dann nach und nach hier auf jeden Fall was starten. Ne, ihr bekommt in der Woche immer so vier, fünf Folgen. Jetzt werde ich schauen, dass ich das auf jeden Fall auch berücksichtige. Ähm, bin aktuell so ein bisschen auf Spätschicht unterwegs, auf meiner reellen Arbeit, also im Real Life. Will er hier rüber? Mal gucken. Nicht, dass der hier... Ne. Doch. Oh, Kollege. War's dann nicht okay mit dir? So. Wusste jetzt auch nicht, wo er hin will. Ähm, und deswegen kann es sein, dass vielleicht das eine oder andere ein bisschen später kommt, äh, wie vereinbart. Aber, ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall, äh, ja, alles so klappen wird, wie ich mir das vorstelle. Und, wir fahren jetzt mal hier nebenan. Können wir hier auch mal direkt abfahren. Schon mal ein bisschen. so. So. Können wir mal nebenbei fahren hier. So. Halten wir mal kurz an hier. Damit der nicht rumkommt. Gucken, ob der Helfer hier langkommt. Lassen wir das mal komplett abtanken hier. So. Können wir den mal hier hinstellen. Der dreht jetzt hier bei und fährt dann sozusagen weiter. Ähm, derweil könnten wir schon mal Wo haben wir den? Ich glaube, der Fendt, der sollte ausreichen. Der 724er. So. Den holen wir jetzt auch mal. Den verpassen wir auch im Gewicht. Und würden dann mit dem hier quasi holen wir mal das Gewicht hier. Zack. Ähm, den, äh, Ballenwagen holen. Und würden hier schon ein paar Ballen pressen. Dann hätten wir natürlich jetzt alles mit CP machen, äh, können. Wollte ich jetzt aber nicht. Wenn ich da heute auf Bock drauf hatte. Ähm, und ich würde sagen, ach, warte mal, ich habe nämlich eine coole Mod runtergeladen. Ich würde sagen, ich fahre das mal zum Händler vielleicht. Oder nehmen wir doch den Großen. Ich würde sagen, der sollte aber ausreichen. Warte mal, wie viele PS hat denn der? Und zwar, ist das der 724er, also so mittlerer Fendt, da. Der 724er hat 240 PS. Was brauche ich denn für das Kuhenteil? Mal gucken. Ich bin mir da nicht immer nicht so sicher, ähm, was wir dafür brauchen. Und zwar, wenn wir den hier, 140 PS, nee, das sollte ausreichen. Denn ich habe noch mal eine coole Mod runtergeladen. Wobei, äh, äh, bin so ein bisschen im Zwiespalt jetzt. Wollen wir mal gucken. Was machen wir jetzt hier? Machen wir das mit der Mod, oder? Wie machen wir das? Wollen wir den Kuhn hier nehmen? Oder? Gibt mich eine coole Mod, äh, und zwar habe ich mir hier diesen Fendt runtergeladen. Vom JQ, ne? Ist ein ungebauter, ähm, wie heißt das hier, ähm, Messi Ferguson. Aber den könnten wir ja nehmen, ne? Den 1290, SXD. Ne? Der macht hier auch ganz normal die Ballen. Kostet 125.000, aber da müssen wir wieder Geld ausgeben, ne? Aber der wird auf jeden Fall auch passen zu unserem Fendt, äh, Fuhrpark. Ähm, ihr könnt es ja mal in den Kommentaren schreiben, ob wir uns den gönnen können und austauschen gegen den Kuhn. Ich nehme jetzt erstmal den Kuhn hier und würde jetzt hier den schon mal da hinfahren und, äh, hat mich falsch abgebrochen. Ah, gut, fahren wir einmal hier oben rum. Ähm, und dann könnte wir nämlich, ähm, das Fendt-Teil verwenden. Oder wisst ihr was? Komm, drauf geschissen. Ich kaufe mir den jetzt. Ich brauche den hier abstimmen. Und, äh, dem würde ich dann in der nächsten Folge würde ich dann hier die Ballen pressen. So, wir fahren jetzt erstmal zum Händler hier, verkaufen hier den Kuhn und holen uns das Fendt-Teil. So. Und in der nächsten Folge würden wir dann hier die Ballen pressen. So. Hätte ich eigentlich noch einen CP-Kurs einfangen können, aber gut, habe ich wieder vergessen. Ist ja nichts Neues. So, das heißt, oha, Bremsen, Achtung, ne, schönes Café hier. Bistro Levant Port, oder wie es auch ausgesprochen wird. Alles ein bisschen französisch angehaucht hier. So, jetzt sind wir gleich beim Händler. Und oben der Helfer müsste, glaube ich, fertig sein. Ich glaube, die Anzeige kam die schon oder dreht er gerade. Müssen wir gleich mal gucken. So, ich würde sagen, hier haben wir auch die Trigger alle verbaut. Hier ist auch eine Werkstatt dabei. Und mal gucken, was wir für das Teil hier noch kriegen. Ich habe es ja kaum gebraucht oder gar nicht gebraucht. So. verkaufen wir den mal um uns das Fendt-Teil 94. Dann würden wir jetzt ein bisschen Verlust machen. Na, komm. Wir machen ja, wir verkaufen den jetzt, komm, darauf Geschisse und kaufen uns jetzt hier den den Fendt, ne, nach Aufbau von dementsprechend den Messie Ferguson. Ein bisschen umgebaut. Ich glaube, das Logo könnte ein bisschen tiefer. Das hat auch jemand schon in den jeweiligen Kommentaren geschrieben. Wir können natürlich mit Trellborg, BKT's, Standard, Reifen und so weiter. Das können wir hier auf jeden Fall nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen Trellborg. So, da haben wir das gute Stück. Ich gucke mal, was der Drescher macht. Das war fertig. Jo. Drescher ist fertig. Das heißt, den können wir abtanken. Boah, hat er wieder toll stehen lassen hier. Aber ich glaube, das hat wieder was mit dem Ding zu tun hier. Mit diesen Rollen hier, ne. Ihr kennt es wahrscheinlich. Ich glaube, deswegen hat er es auch wieder nicht, ne, macht er doch. Komisch. Also, manchmal verstehe ich hier den, äh, die Sachen nicht, dass er das manchmal nicht richtig, äh, richtig quasi fettig macht. Ich würde sagen, wir fahren hier mal rüber. So, das haben wir auch. Hier müssen wir auf jeden Fall mit Vorgewände dann fahren. Ah, habe ich doch wieder ein kleines Stück vergessen hier. So, fahren wir das auch noch mal hier weg. So, das kleine Stück auch. Dann drehen wir da mal kurz ein. Wir wollen ja nichts verschwenden. Ist zwar noch nicht viel, aber, jetzt haben wir hier ein bisschen weniger Geld auf dem Konto, aber wenn man auf das große Soja fällt und, äh, haben das dann jetzt hier auch fertig. So, fahren das Ganze mal aus hier und würden jetzt hier quasi erstmal aussteigen. dann würden wir hier den Weizen abfahren. So. Und laden den jetzt hier um. Bringen das Ganze dann noch zu unserem Hof. Und stellen wir gleich da oben kurz einen, äh, CP-Kurs ein. Würde ich jetzt mal sagen. Schon mal für das andere Feld. So. Das heißt, den fahren wir jetzt weg. Das heißt, wir könnten hier erstmal aussteigen. Könnten dann einmal hier rüber laufen zu dem Drescher wieder. Können den hier einmal einklappen. Dann haben wir drüben Gerste. Das werden wir, glaube ich, einmal mit einem Vorgewende fahren. Beziehungsweise, ich muss mal kurz gucken, ob die Bäume hier Kollisionen haben. Aber ich denke mal schon. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich meine, die haben, ja. Nee, haben sie keine. Okay. Die haben keine Kollisionen. Aber komm, ich würde trotzdem einmal mit Vorgewende fahren hier. So. Äh. Wo stehen wir denn jetzt hier? Komm. Machen wir einmal. Ähm. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal Feldarbeit. Dann haben wir Wobei, wie war das nochmal? Hier, Traktor. So. Bahnversatz haben wir hier drin. Kombimod. Hier geht der ganze Stullifax nochmal. Da haben wir dies, da haben wir das. Abfahrerrufen. Frachtumfahrung. Führung. So haben wir den Bahnversatz hier drin. Will ich doch gar nicht. Ach hier. So war das. Feldrandkurs. So. Ich würde sagen, wir starten. Wo sind wir jetzt überhaupt hier? Äh. Feld 2. So. Arbeitsbreite 9 Meter. Das müsste passen. Startposition. Aktuelle Fahrzeugposition. Ähm. Vorgewende würde ich sagen, machen wir 1. Äh. Fahrzeug aus selbem Kurs 1. Hier könnte man auch jetzt mehrere Kurse dementsprechend machen. Gucken wir uns mal an. So. Der würde da jetzt reinfahren. Mit einem Vorgewende. Und, ähm. Würde hier ein bisschen beidrehen. Könnte sogar scharf fahren. Nein. Komm. Lassen wir den überweich. Wer weiß. Wer weiß. Und dann machen wir den. Lassen wir den einfach mal machen. So. So. Äh. F2. Dreschen. So, Leute. Dann macht der wieder irgendeinen Schwachsinn hier. Warum auch immer. Keine Ahnung, warum er jetzt hier fährt. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal hier wieder. Mit einer Folge zum, äh. Ja. Zum LS19. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und, ähm. Ich spring mal kurz hier in meinen, ja. In meinen Truck rein. Ähm. Der ist dabei jetzt hier das Feld abzuernten. Sieht ein bisschen komisch aus. Deswegen werde ich gleich nochmal schauen, was damit los ist. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier Ballen pressen. Und, äh. Mit unserem neuen Fendt-Gerät. Also mit unserem neuen Fendt, äh. Ballenwagen. Und. Oder Ballenpresse. Besser gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja. Ich sag mal. Bis dahin. Tschö. Tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A